Sind Sie bereit? Gut, meine erste Frage, was kommt Ihnen in den Kopf von Europa? Was kommt Ihnen als erstes in den Kopf? Die komplette Einheit der ganzen Länder. Der Euro. Der Euro, genau. Ansonsten, das ist der erste Gedanke, an dem wir in den Kopf kommen. Ja, das ist der Euro. Der Geld. Ja, das ist der Geld. Ja, natürlich. Ein bisschen rücker. Okay. Kannst du dir sagen, wenn es ein Obstieg ist? Ein guter. Ein ganzes Land. Ein ganzes Land. Ein ganzes Land. Ein ganzes Land. Kriegs ist. Sind Sie stolz darauf Europäer zu sein? Ja, wohl. Können Sie mal gucken? Was ist das? Die Sympathie der Menschen oder das Miteinander umgehen ist einfach. Du sprichst jemanden an, der kann dir helfen.